Jetzt stehen wir hier an der HSB-Fassade, eben in Meierstraße 9 in Bergheim. Eine der längsten Wände, die überhaupt bemalt werden und natürlich die längste Wand des Festivals. Künstler Markus Genesius, Wow123, Sozi One, plus zwei Special Guests. Die Eröffnung eher gegen Ende des Festivals, die ziemlich lange Dauer haben, die Gestaltung und da freuen wir uns ganz besonders drauf. In Unterstützung mit den Stadtteilen Heidelberg, Herrn Pfarr und HSB.